Jetzt erzähl doch mal von dem neuen Jungen in eurer Klasse. Wie heißt er? Adam. Du musst den küssen, auf den die Flasche zeigen. Was wird das? Na du. Was? Ich schwör mir, dass wir beste Freundinnen bleiben. Sowas wie ein Pakt? Du schwörst, dass du keinen Jungen mehr anschaust, mit keinem sprichst, an keinen denkst und auch mit keinem befreundet sein wirst. Ich bin Vegetarierin. Du bist dran. Hast du es schon mal gemacht? Hast du es gemacht? Geknutscht mit einem Mädchen. So richtig mit Zunge und so. Hier bin ich. Ja, also Molly war früher in meiner Klasse. Darum ist sie hier. Echt jetzt? Eva, warte. Eva. Was habt ihr gemacht? Du und Adam, wir haben gar nichts gemacht. Ich will zu Eva. Und du hast Scheiße gebaut. Ja. Okay. Ja. 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 Vielen Dank.